Es gibt in der bunten Kleintierwelt viele verschiedene Arten mit ihren ganz eigenen Merkmalen und Ansprüchen. Neben einer artgerechten Ernährung ist es wichtig, für viel Beschäftigung und Abwechslung zu sorgen. Hierfür finden Sie im Zoofachhandel eine große Auswahl verschiedener Gehege, Klettermaterialien oder Laufräder und Tunnel. Informieren Sie sich bei Ihrem Zoofachhändler, in Zeitschriften oder Büchern. Oder im Internet über Besonderheiten und Haltungsbedingungen und finden Sie heraus, welches Tier am besten zu Ihnen passt. Eines der bekanntesten Kleintiere ist das Zwergkaninchen. Kaninchen sind sehr sozial. Sie lieben die Gesellschaft von Artgenossen. Sorgen Sie für ein geräumiges Gehege und Freilaufmöglichkeiten, bei denen Ihre Kaninchen nach Herzenslust hoppeln und springen können. Als Pflanzenfresser benötigen Sie für eine optimale Verdauung ständig Nachschub an rohfaserreicher Kost und vor allem viel gutes Heu, welches außerdem der Abnutzung der stets wachsenden Nagezähne dient. Ähnliche Ansprüche an Ernährung und Haltung haben auch Meerschweinchen. Sie müssen außerdem über Ihre Nahrung ausreichend Vitamin C aufnehmen, da sie Vitamin C nicht selbst produzieren können. Seinen Namen verdankt das Meerschweinchen übrigens seinen Quiklauten und der Tatsache, dass es von Mittel- und Südamerika über das Meer nach Europa gebracht wurde. Die exotisch aussehenden Chinchillas stammen aus den kalten Landschaften Südamerikas, wo sie in Rudeln zusammenleben. Sie brauchen eine faserreiche Nahrung mit geringem Eiweiß und Fettgehalt. Chinchillas werden erst zum Abend hin aktiv und laufen, springen und klettern für ihr Leben gern. Sorgen sie daher für ausreichend Bewegungsfreiraum. Ihr Fell pflegen Chinchillas selbst mit einem Sandbad. Ein gesund ernährtes und gut gepflegtes Chinchilla kann bis zu 20 Jahre alt werden. Auch Degus sind Gruppentiere, die ein Gehege mit mehreren Etagen und Klettermöglichkeiten brauchen, um ihren Bewegungsdrang auszuleben. Sie lieben es, das Geschehen von oben zu beobachten. Für eine gesunde Ernährung sollten sie auf stark zuckerhaltige Bestandteile, wie zum Beispiel Obst oder süße Snacks, verzichten, da Degus schnell Diabetes entwickeln können. Früher als Krankheitsüberträger abgestempelt, so ist die Ratte heute ein beliebtes Haustier. Ratten sind sehr verspielt, sozial und intelligent. Mit diversem Kletter- und Intelligenzspielzeug halten sie diese smarten Tierchen auf Trab. Ratten sind zwar Allesfresser, aber sicher keine Resteverwirrter. Zur optimalen Ernährung gehört auch etwas tierisches Eiweiß. Hamster werden erst zum Abend hin aktiv und sind daher vor allem für Berufstätige sehr interessant. Neben dem klassischen Goldhamster oder Teddyhamster gewinnen auch die kleineren Zwerghamster, wie die Zungaren und Roborowski, immer mehr an Beliebtheit. Hamster sind in der Regel Einzelgänger, die keinen Artgenossen neben sich dulden. Beim sogenannten Hamstern füllen sie ihre dehnbaren Backentaschen mit Nahrung, die dann ins Nest transportiert wird. Rennmäuse, auch unter dem Namen Gerbiels bekannt, sind sehr saubere und beliebte Haustiere. Sie sollten mindestens zu zweit gehalten werden, damit keine Langeweile aufkommt. Sie haben sich für einen passenden Hausgenossen entschieden? Das kleine Lebewesen wird ihr Familienleben bereichern und viel Freude ins Haus bringen.